ja ein herzliches hallo in meiner bastelecke heute stehen wir mal hier am kallteich das wetter in den letzten tagen war natürlich 1a die temperaturen sind nach oben gekraxelt wie wild und natürlich die fische haben ja bei mir haben sie abgeleicht und das war jetzt knapp vor zwei wochen und jetzt beginne ich wieder mit der fütterung aber heute gucken wir eigentlich uns mal den stand an wie es bei meiner aquaponik anlage auf dem dach ausschaut und dazu machen wir uns natürlich auf dem weg auf meine garage ja ihr seht ich habe den kies fast alles runter durch das gibt es wieder mehr platz hier meine nft röhren der salat hat sich ein bisschen von den letzten tagen von dem kalten wetter und dem regen erholt was ich aber sagen muss der ist nicht abdeckt wie auch hier mein pfefferminz topf und hier drüben haben wir blumenkohl kleine cherry tomaten die machen sich wirklich hier sehr gut im apple flutbecken das funktioniert 1 da kann ich nicht beklagen hier natürlich was ich nicht gedacht hätte da gibt es wirklich die gehen richtig ab meine erdbeeren und der eine den jahr da sieht die geben wirklich die es ziehen schon lecker aus also ja meine tochter freut sie ist fast jeden abend nach der schule schnell mal hier auf dem dach um die besten hier runter zu picken und nein sie schmecken nicht nach fisch nee das funktioniert eigentlich wirklich 1 außer die eine pflanze die hat ein bisschen irgendwie gelitten oder sich nicht so gut angepasst hier haben wir das salat becken die salate sind jetzt in letzter zeit wirklich richtig abgegangen man konnte den zuschauen beim wachsen was sind natürlich auch ein bisschen hier meine abdeckung zugute kommt oder von der abdeckung zugute kommt ja das wurzelbeet sieht 1 aus ich werde mal gucken ob ich wenn ich die nächste charge dann ansätze hier haben wir auch noch ein bisschen erdbeeren das war noch die überbleibsel aber die gehen da in den reft von meiner seite aus nicht so gut wie in dem rohr ja so sieht das ganze hier aus also wirklich die abdeckung würde ich mal sagen hat es gebracht von dem her wir oben wieder mal einen kleinen blick nach unten ja so sieht das bei mir aus so ist das in einem monat gewachsen von dem letzten block her ja im großen und ganzen bin ich sehr zufrieden also ich mich da auch kein dünger bei da wurde ich jetzt schon ein paar mal gefragt oder so und ja moment ich wollte euch ja noch was zeigen und zwar habe ich in meiner nft röhre habe ich extra so ein klexiglas besser gesagt ein polycarbonat eingebaut und ja das gucken wir uns noch schnell mal zusammen an das ist hier das gute zwischenstück und zwar habe ich es einfach eingebaut um euch zu zeigen wie hier die das wurzelbild ist der durchfluss wie viel nehmen dann in den nft röhren die wurzeln in bestark wie viel muss man von weil das ganz ganz wenig und ihr seht also jetzt ist das so gut einem drittel voll mit wurzeln und hier können wir natürlich noch schnell mal oben reingucken ja so läuft das ganze hier sagt wieder zugemacht und natürlich werde ich nachher auch die klappe hier machen ja ja das wäre es von meiner seite ich danke euch fürs zuschauen wir sehen uns für die aquaponik wieder im nächsten monat um zu gucken wie es hier weiter geht macht's gut bis dahin und tschüss